Er hat eine der 78 groß, 72,5 Jungen am Schweren und Profi seit Mai 2006. Sein Volk als Profi, neun Kämpfe, neun Sieger von acht durch Tor. Als Amateur beim Jürgen ist er Weltmeister 2003 und Silber Wetterliebgewinner bei der Mundjahre 2004. In der reine Ecke Volkertl, Asyl Goryan, Montertrainer Maromet Schapurow. Aus Amorto sind Sonntagdokstintin Gennady Olofke. Regen und Profi sind im Campus Siko Bebisch. Okay, listen to my orders. When I say stop, stop fighting. When I say break, step back, both of you. Shake lots and good luck. I say stop, stop fighting. I say stop fighting. Stop. Watch your head. Box. Spannungsgeladene Stop! schwer, was Kupen ist! Outsch! Du entnehmen. Nein, nein, nein. Das tut wir gar nichts. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.